Einen wunderschönen, ihr bezaubernden Leute, wir müssen wieder reagieren, The Mid Six mit The Basilisk. Let's go, das ganze Video wird zur Verfügung gestellt von Slam Worldwide. Schaut mal bei der Band und bei Slam Worldwide vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da, die Leute werden sich auf jeden Fall freuen. Los geht's! Okay, jetzt sind auf jeden Fall zwei Gastsänger mit dabei. Boah, ich kriege krasse Hollow Knight Vibes, Alter. Boah, ich kriege sofort Gänsehaut. Wer es nicht weiß, Hollow Knight ist mein Lieblingsspiel und das erinnert mich gerade mega vom Sound da dran. Boah, das Cover ist ja übergeil, Alter. Also Respekt an den Künstler oder die Künstlerin. Oh, das ist ein Melonischer, Alter. Evet, hier Decline'in. Super gut. Jos,怖, schau. Uuuhu. Uhuuhu. Jиз! Wohin, daß Kinderte, ja. Wohin, daß Credenza. Wasp, daß Enter's, wow. Boah! Boah, Alter! Boah, ist so stark, ey! Fühlt so stark, was? Boah, den Song fühlst du mega, Leute, mega! Boah, ist also unglaublich gut! One more time, yes! Alter Falter! Das ist Sandanus! What a nice surprise! Boah, stark! Was ein krank geiler Song, alter Falter, Wahnsinn! Yo, Leute! Krass, krass, krass! Boah, der hat mich ja auch mal wieder abgeholt und einfach mitgenommen, ja? Da musste mir noch nicht mal mehr Süßigkeiten anbieten, der komische alte Mann. Bin ich sofort mitgegangen, ja? Mach das natürlich nicht, Kinder. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lass ein bisschen Liebe da, ich würde mich sehr freuen. Bis dann, ciao!